hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video in diesem video möchte ich ein möbelstück bauen und zwar für meine werkstatt ihr habt ja in meinem letzten video gesehen dass ich den boden gestrichen hat das hat den grund dass ich mal meine werkstatt ordentlicher haben möchte ein bisschen aufräumen möchte und in diesem zuge möchte ich auch diese werkbank loswerden die werkbank an sich ist eigentlich nicht schlecht die erfüllt ihren zweck für mich ist sie ein bisschen niedrig eigentlich müsste sie gut 20 zentimeter höher sein für mich ein anderer grund ist dass es immer unordentlich aussieht hier ist alles offen und wenn ich hier meine werkzeuge oder andere sachen hier rein lege dann sieht das immer ein bisschen unordentlich aus deswegen möchte ich einen schubladenschrank bauen schubladenschrank weil schubladen sich natürlich super dazu eignen um sache sachen zu sortieren und zu organisieren zudem sieht es immer ordentlich aus weil man selbst wenn man alles unordentlich in die schubladen rein schmeißt kann man die schublade zu machen und man sieht nichts mehr ja in diesem teil beschäftigen wir uns erstmal mit der planung also CAD Infusion 360 das möchte ich euch zeigen und dann eventuell in einem nachfolgenden video baue ich den schubladenschrank mit den planungsunterlagen die ich in diesem video erstelle ja ich wünsche euch sehr viel spaß und ich hoffe ihr könnt ein bisschen was lernen dabei so fusing 360 habe ich schon mal gestartet und wir starten mit einem leeren blatt bevor wir jetzt in 3d loslegen und unser schubladenschrank konstruieren gebe ich euch hier einen tipp macht erstmal eine händische zeichnung die es etwa so aussehen kann dass jetzt die zeichnung die ich erstellt habe einfach damit ihr von anfang an schon mal wisst wie der schrank aussieht und wie ihn zu konstruieren habt das macht im nachhinein dann die konstruktion in 3d deutlich einfacher ihr könnt natürlich auch direkt in 3d loslegen aber so erspart ihr euch ein bisschen zeit in der werkstatt habe ich schon mal die groben abmaße abgemessen also 1 meter 70 soll der schrank im prinzip breit werden das ist genau diese ecke wo ich eben drauf gesessen habe und er soll etwa 1 meter hoch sein 1 meter mein anderer andere werkbank ist 1 meter hoch das funktioniert für mich ganz gut das müsst ihr auch für euch selber so ein bisschen ausprobieren kleinere menschen vielleicht etwas niedriger für mich ist 1 meter ganz ok dann habe ich hier auch schon mal festgelegt was wir Materialien ich benutzen möchte den im prinzip die konstruktion des schrankes werde ich aus osb platten 15 mm machen dann kommt oben so eine arbeitsplatte drauf das legt im prinzip die breite schon mal fest ich habe hier drüben 600 mm hingeschrieben das liegt daran weil diese standard arbeitsplatten die man halt baumarkt bekommt aus diesem spanholz sind 600 mm breit dann möchte ich da so eine kleine lattenunter konstruktion bauen in die ich dann auch die schrauben rein schraube womit damit ich dann die arbeitsplatte fixiere also die kommt man hier so rein und hier habe ich auch schon mal mit den schubladen angefangen ich habe hier 10 mm osb dran geschrieben wahrscheinlich werde ich die umrandung aus 15 mm machen und dann nur die untere platte in der schublade aus 10 mm osb weil es mir doch ein bisschen zu dünn war so dann werde ich vollauszüge benutzen das solltet ihr hier auch schon mal festlegen und euch schon mal auf vollauszüge festlegen denn so habt ihr schon mal die breite also diese 12,7 sind relativ wichtig weil er hier rechts und links neben den schubladen können wir diese vollauszüge rein dann könnt ihr das schon mal ein bisschen mit bedenken wenn ihr jetzt direkt auch schon die schubladen mit konstruieren wollt wir fangen aber erstmal mit dem korpus an so das hier kann weg ich habe das jetzt vor mir liegen stellt euch vor ich sitze hier und habe die zeichnung vor mir und wir legen direkt los so in fusion blende ich mir ganz gern erstmal die ebenen und das koordinatensystem ein und wir fangen einfach mit einer einfachen sketch an englisch sketch auf deutsch heißt halt eben skizze wir können jetzt auch hier schlägt uns auch fusion 360 vor dass wir es direkt mal safen sollen also sichern sollen das macht natürlich hier können wir dann auch und wir können direkt loslegen wir sind in der sketch schon drinnen genau wir machen uns erstmal ein rechteck in dem wir die groben außenmaße festlegen wenn ihr d drückt ist das dasselbe als wenn ihr oben auf die menschens drückt hier ist auch kleines klammer d zack und wir legen fest dass der schrank ein meter siebzig breit ist und ein meter hoch ist ein meter sind tausend millimeter na zack auch wichtig hier zu wissen in fusion 360 ist alles in millimeter man kann auch theoretisch die einheit umstellen wenn man das möchte aber standardmäßig ist alles in millimeter als nächstes können wir schon mal festlegen dass wir oben eine arbeitsplatte drauf haben dazu ziehe ich einfach eine linie rein diese ist 38 mm hoch das kann man sich einfach nochmal auf der internetseite von ein baumarkt ist kann man sich das raussuchen dann links die platte die seitenwand rechts die seitenwand wieder auf die drücken um die dimension festzulegen ich weiß schon dass meine usb platten die ich verwende 15 mm breit ist und jetzt können wir noch sagen dass wir unten die bodenplatte drin haben dazu ziehe ich einfach zwei linien ein mit einem abstand 15 mm weil wir 15 mm starkes material verarbeiten und ich sage noch dass im prinzip unten diese fußleiste 60 mm hoch ist hiermit können wir jetzt dann schon mal starten ich drücke auf finish sketch und jetzt sind wir im prinzip noch im zweidimensionalen wir ziehen das ganze jetzt mal in die dritte dimension ich fange da einfach mal mit einfach mal hier mit der seitenplatte ist eigentlich egal womit man beginnt also deshalb gucke ich wieder auf meine handskizze die ich mir gezeichnet habe da habe ich ja gesagt dass ich kann das auch kurz mal zeigen dass wir im prinzip 600 mm breit sind aber wir möchten ja nicht dass der schrank ganz bis zum ende also bis zu dieser kante geht sondern hier soll noch ein bisschen luft sein da sage ich jetzt einfach mal dass wir hier was sagen wir mal zwei millimeter frei lassen im prinzip dass vorne die arbeitsplatte ein bisschen schwebt in der luft also hier übersteht also sagen wir das wären dann 580 mm also im prinzip 600 mm minus 2 cm also dann blendet er die sketch aus wir wollen die aber noch weiter benutzen weil ja noch eine zweiten seitenwand haben das ist diese hier da gehen wir wieder auf extrudieren und sagen genauso wie die andere 580 mm so dann haben wir noch eine bodenplatte diese ziehen wir auch nochmal raus auch auf die 580 mm jetzt habe ich hier so einen kleinen fehler gemacht jetzt habe ich nämlich nur ein body also im prinzip alles ist miteinander verschmolzen das wollte ich eigentlich nicht wir können hier unten nochmal in die timeline gehen und gehen im prinzip auf den zweiten body und sagen hier new body das stimmt soweit gehen auf die bodenplatte und hier steht join also er verbindet im prinzip alles das möchten wir nicht wir möchten dass jedes teil was wir jetzt extrudieren eine einzelne platte ist also ein einzelner body körper auch gesagt und jetzt haben wir hier drei körper das wird gleich nochmal ein bisschen wichtig aber wir machen kurz nochmal weiter und zwar machen wir oben noch die arbeitsplatte da haben wir ja gesagt die ist 600 mm breit und ich habe schon wieder denselben fehler gemacht weil ich irgendwie ein bisschen schnell bin wir wollen nicht join sondern wir möchten new body so jetzt haben wir hier vier bodies und wir müssen natürlich auch noch eine rückwand hier reinbringen also gehen wir hier auf extrude und gehen hier auf diese mittlere platte diese soll 15 mm stark sein und jetzt mache ich es richtig nicht join sondern new body zack so jetzt haben wir im prinzip 5 bodies hier könnten wir es schon mal ein bisschen sortieren ich arbeite immer ganz gern mit components also einzelnen komponenten deswegen gehe ich hier auf body 1 was im prinzip die seitenband links ist und gehe auf create bodies create components von bodies nennen die hier seitenwand links dann können wir hier die andere nehmen und nennen diese leitenwand rechts dann noch die obenplatte und nennen die boden man kann jetzt auch die ruhigstatt hier oben also hier einfach oben nennen also hier einfach oben nennen aber ich hab's mal ganz gerne als komponente wenn man später dann verwendung beziehungsverwendung ist das immer ganz schön aber wir machen das erstmal so so, das ist hier oben so, das ist hier oben so, jetzt haben wir im prinzip schon mal den korpus mit oben der arbeitsplatte drauf aber ich möchte hier drinnen noch Trennwände rein machen ich habe da sogar zwei genommen um ein bisschen die Stabilität zu verbessern ich sehe auch, ich habe auch gerade einen kleinen Fehler gemacht ich möchte nämlich eigentlich, dass diese Platte bis zum Boden durchgeht das heißt wir müssen hier nochmal kurz rein und gehen hier auf extrude und ziehen hier nochmal 15mm rein in die negative Richtung und ziehen dann die Rückwand man könnte jetzt auch sagen, wir gehen in die einzelnen Komponente rein weil die Sache ist halt, wenn ich jetzt immer in der Übergeordneten bleibe ist in der Timeline im Prinzip alles in einer Timeline drin das schöne an Komponenten ist, dass ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt hier das wieder lösche und gehe in die Bodenplatte also ich habe jetzt nur die Bodenplatte aktiviert und extrudiere hier um minus 15mm rein dann sind wir in einer frischen Timeline und wissen genau ah, das hat zur Bodenplatte gehört das ist später bei größeren Baugruppen relativ praktisch wir können es aber wieder zurück in den Schubladenfrank sehen und sehen dann, dass es hier jetzt doch da drin ist ja na gut, wir machen jetzt mal weiter in der Rückwand diese explodieren wir jetzt einfach mal bis zum Boden wir können hier auch sagen anstatt einen Abstand zu sagen können wir sagen move to object na gut das ist der Vorführeffekt bis dahin wollen wir wir wollen nicht joinen, sondern wir sollten bzw. doch jetzt wollen wir wieder joinen weil wir im Prinzip ja nur in der Komponente Rückwand sind wir können jetzt theoretisch in dieser einen Komponente können wir jetzt natürlich auch neue Bodies erstellen das ist so ein bisschen Geschmackssache wie man das macht so, wir gehen wieder raus und jetzt sehen wir dass im Prinzip unsere Rückwand oh, jetzt bin ich wieder reingesprungen die den kompletten Rücken des Korpus halt ausfüllt so jetzt widmen wir uns den Zwischenwänden dazu erzeugen wir eine neue Sketch wir bleiben jetzt wieder in den Übergeordneten und erzeugen hier eine Sketch wir müssen jetzt erstmal den Mittelpunkt herausfinden dazu setze ich jetzt einfach mal eine Linie rein und wenn ich Glück habe findet er sogar den Mittelpunkt nehme ich hier genau und ziehe das dann hier rüber dann erzeuge ich eine zweite Linie und eine dritte Linie und ich verbinde die obere mit der unteren Linie und da ich als Zwischenwand zwei USB-Platten haben möchte sage ich, diese sind auch 15 mm breit und sind fertig so, jetzt extrudieren wir das Ganze nochmal bis zur oberen Platte sprich, wir sagen wieder bis zum Objekt nicht Join, sondern New Body so, jetzt ist unsere Skizze wieder ausgeblendet worden jetzt lassen sie uns nochmal anzeigen und wir ziehen das wieder hoch bis zu dem Objekt ok und ich habe schon wieder vergessen dass wir hier New Body haben wollen und wir können die Skizze wieder ausblenden so, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus was jetzt noch fehlt ist hier hinten eine Fußleiste das möchte ich machen damit die Bodenplatte im Prinzip überall den selben Abstand hat also hier hinten eine Fußleiste das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn wenn ich zusammenbaue daher erzeuge ich jetzt hier nochmal schnell eine neue Sketch und erzeuge hier ein Rechteck und sagt, dass diese Linie auf diese Linie fallen sollen oder auf diesen Punkt Finish ziehe diese hier raus um 15 mm ja, nur guck, dass er auch in die richtige Richtung extrudiert habe wieder denselben Fehler gemacht ich möchte nämlich, dass das ein New Body wird und jetzt brauche ich vorne im Prinzip noch eine Fußleiste diese erzeugen wir wieder mit einer Skizze Skizze hier drauf Rechteck zeichnen wir wissen schon, dass unsere USB 15 mm breit ist und jetzt müssen wir noch festlegen wie weit der Abstand bis nach vorne ist da geht es einfach mal 20 mm aber das können wir auch später, wenn wir es zusammenbauen natürlich noch variieren so, New Body ähm ähm To Object also bis zu Boden zack und wir sagen New Body so, im Groben steht jetzt schon mal unser Korpus was man jetzt eventuell noch machen könnte ist man könnte sagen, dass wenn wir es zum Beispiel ich mach das hier nochmal schnell judge hier das So, jetzt stimmt es wieder. Eventuell ist es auch ganz clever, erstmal alles in der Hauptkomponente, also in der Hauptbaugruppe zu arbeiten und dann erst am Ende die Komponenten zu erstellen. Das macht es vielleicht manchmal einfacher. Ich finde es einfach, für mich macht es so mehr Sinn, aber da hat halt jeder seine eigene Arbeitsweise. So, jetzt haben wir es soweit, dass wir den Korpus stehen haben mit den beiden Fußleisten. Was ich mir auch überlegt habe, ob ich eventuell hierzwischen auch mal so eine Zwischenfußleiste einziehe. Das sehe ich dann wahrscheinlich eher beim Bauen. Mir geht es jetzt auch primär hier dabei, dass ich so eine grobe Übersicht habe und dann halt loslegen kann. Was hier jetzt noch fehlt, ist die Latten, die im Prinzip die Unterkonstruktion für die Arbeitsplatten bildet. Dazu müssten hier jetzt noch Löcher eingebracht werden. Ja, und das machen wir doch jetzt direkt einfach. Sprich, wir machen eine Sketch, gehen hier rein. Weil so habt ihr jetzt im Prinzip auf der Ebene, wo ihr die Skizze habt, könnt ihr jetzt hier Snap, äh, Slicen und machen jetzt hier die Ausbrüche. So, ich weiß, dass ich an dieser Ecke, an dieser Ecke, äh, so mittig, könnten auch hier kurz nochmal eine Linie einziehen, im Prinzip von Mitte zu Mitte. Fügen hier eine Latte ein, als keine Konstruktionslinie, sondern als Volllinie. Und nicht ganz vorne, weil ich vorne noch so eine kleine Blende machen möchte, also etwas Abstand. Jetzt geben wir denen noch Dimensionen. Ich habe ja eben gesagt, dass die Latten, die ich hier als Unterkonstruktion einfügen möchte, sind 48 mal 24. Hier auch wieder, 24, 48, 48, 24. Und ich möchte hier vorne so eine kleine Blende aus OSB, die 15 mm stark ist, einfügen. Dann möchte ich das, also über das Symmetry Tool, möchte ich, dass diese Latte mittig sitzt. Und, äh, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich erzeuge hier vorne noch eine zusätzliche Linie. Na, kurz nochmal diese Linie bitte raus. Das war eine zu viel. Und wir zeugen noch hier eine Linie, die ich euch gleich erklären werde. So, wir gehen auf Finish Sketch. Dann gehen wir auf Extude. Wählen hier dieses Stück raus. Gehen hier auf Minus 30, weil das im Prinzip die Stärke ist von zwei Platten. Und machen da uns einen kleinen Ausschnitt. Dann verschwindet wieder unsere Sketch. Wir zeigen die uns wieder an. Und jetzt hätte ich auch theoretisch alle Ausschnitte machen können. Okay, wir gehen nochmal kurz hier drauf. Wählen noch das zusätzlich aus. Diese Kante und diese. Also im Prinzip, das sind die Durchbreche, wo wir jetzt unsere Latten durchführen. So, und jetzt, da wir im Prinzip die Sketch schon haben, können wir die noch weiter benutzen. Indem wir nochmal auf Extrudieren gehen. Und ziehen die hier rüber. Als, äh, New Body. Und wir machen hier ein Offset von dieser Hand. Wand von, äh, jetzt möchte ich kurz übrigen 24 Millimeter, weil wir im Prinzip auf der anderen Seite auch 24 Millimeter brauchen. Das war ein bisschen schnell. Wieso macht er das mit dem Offset nicht? Ähm, p-p-p-p-p. Ah, hier unten kann ich Offset auswählen. Im Prinzip, wir möchten ein Offset von dieser Wand, weil wir hier drüben auch noch eine Latte einfügen, die von hier bis hier geht. Und dasselbe machen wir hier auch. Bis zu dieser und wir möchten ein Offset von der Wand von 24, weil wir hier noch eine zweite Latte einbringen. So, New Body, das ist im Prinzip die hintere Latte. Dann fügen wir hier noch eine zweite Latte ein. Und dann füge ich den gerade hinzu. So, jetzt habe ich alles hier schön sortiert. Jetzt gehen wir auf Physical Materials, also Materialien. Dann haben wir hier die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten. Wir bewegen uns vor allem hier bei Holz. Ich glaube, OSB ist nicht in der Auswahl dabei. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Deswegen werden wir uns ein paar edleren Materialien bedienen. Das macht hier im Endeffekt eh, es ist für mich eigentlich nur Optik. Dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Zum Beispiel hier Weißeiche. Sieht immer sehr gut aus. Und bei euch nach oben was für die Arbeitsplatte, weil das ja nicht aus OSB entsteht. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen was dunkleres nehmen. Zum Beispiel Maragoni. Ist auch MDF. Wie sieht das aus? Ziemlich langweilig. Wir bleiben bei Maragoni. Und dann müssen wir noch die Latten ein bisschen von den anderen abheben. Da könnten wir zum Beispiel hier Pine nehmen. Das soll Pine sein und das bleibt bei der Weißeiche. So und jetzt kann man sich das schon mal ganz gut vorstellen. Hier oben Arbeitsplatte in dunklen Maragoni gehalten. Ich werde kein Maragoni verwenden, aber im CAD-Programm kann man das ruhig mal angeben. Das kostet ja nichts. Und hier in der Weißeiche ist dann im Prinzip das OSB. Und die Unterkonstruktion habe ich hier als Pine mal angegeben. Was jetzt noch fehlt, sind die Schubladen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mit in diesem Video reinmachen soll. Im Endeffekt ist es relativ simpel. Ich glaube, ich nehme schon eine Weile hier auf. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man von dieser Konstruktion eine Zeichnung erstellt. Dazu speichern wir erstmal und dann, wenn mein Rechner wieder klarkommt, dann gehen wir auf Drawing vom Design und erzeugen eine neue Zeichnung. ISO, das passt alles. A3 können wir auch nehmen, auch wenn ich das Spiel in A2 ausdrucke, in A4 ausdrucke. Das ist egal. Okay. So, das erste, was wir machen möchten, ist ein Base View, also eine Standardansicht. Ich werde jetzt erstmal die Scale ein bisschen verändern. Gucken, wie das mit 1 zu 10 aussieht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Wir möchten eine Frontansicht. Na gut, das ist schon die Front, aber wir möchten im Prinzip, wenn das die Front ist, möchten wir wahrscheinlich eine Right, also von der rechten Seite. Zack. Okay. So, und hier haben wir jetzt im Prinzip die Vorderansicht. Auch hier fragt er uns wieder, speichern. Ja, ist immer eine gute Idee, speichern. Und jetzt können wir hier auch die ganzen Dimensionen wieder angeben. Sprich, was ganz wichtig ist, natürlich unsere Überalles, von links nach rechts. Dann unsere Höhe. Das sollte man erstmal grundlegend festlegen. Und jetzt möchte ich ja wissen, wie die einzelnen, ähm, sag ich mal, einzelnen Platten dimensioniert werden. Das heißt, hier die Seitenplatte ist jetzt in diesem Fall 962 mm. Das wird halt etwas krumm, weil ja oben die Arbeitsplatte 38 mm nur dick ist. Dadurch bekommen wir ein krummes Maß, aber das kann uns ja relativ egal sein. So, dann, ähm, hier von unserer Bodenplatte, die ist 160, 100, na, das soll nochmal ein Tick nach unten geschoben werden, damit die nicht aufeinandersitzen. Genau, dann wissen wir im Prinzip die Bodenplatte schon. Dann, dann haben wir im Prinzip auch die Breite von der Blende. Die Blende müsste man natürlich jetzt nochmal die Höhe wissen. Dazu gehen wir wieder auf Dimension. Und wir wollen, ich drücke gerade, äh, Shift. Und dann wissen wir, dass die 48 mm breit ist. Also die Höhe von der Latte hätte ich mir auch eigentlich denken können. So, was wir jetzt noch fehlt, ist natürlich die Tiefe. Wir müssen noch eine Ansicht von links, also von hier haben. Dann gehen wir einfach auf Projected View, also eine Produktionsansicht. Zack. Gerade auf Escape gedrückt. Und hier können wir jetzt auch sagen, wie, wie, äh, breit das Ganze von der Seite ist. Was mir jetzt aber fehlt, was ich gerne hätte, wäre, dass ich sehe, was hier drinnen passiert mit den Latten um diesen, äh, Zwischenwänden. Deswegen lösche ich die nochmal kurz. Und, äh, es soll mir eine, äh, Schnittansicht geben. Also, wir schneiden hier durch. Sagen OK. Und lassen wir uns das hier drüber projizieren. Okay. Und was wir nämlich jetzt haben, ist, dass wir jetzt auch die Latten sehen und genau wissen, wo unsere Ausschnitte sind. Das heißt, wir haben jetzt in einer Ansicht deutlich mehr Informationen und das ist eigentlich immer so das Ziel, dass man in möglichst wenigsten Ansicht die meisten Informationen, wobei man natürlich immer beachten muss, es muss übersichtlich bleiben. Das ist so Gebot Nummer 1. Wenn man natürlich in einer Zeichen extrem viele Informationen hat und es ist komplett unübersichtlich, äh, das macht dann auch irgendwo keinen Sinn. So, das ist zum Beispiel ein Maß, was wir hier drüben haben. Das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt hier angeben, aber fand ich gerade ganz praktisch. So, das müssten wir natürlich auch später wissen, wo machen wir die Ausschnitte. Das ist ja im Prinzip diese Zwischenplatte. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch diese Ausschnitte, ähm, bemaßen. Dazu müssen wir, glaube ich, alles mal einen Ticken nach unten ziehen, damit wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Ähm, die Angabe brauchen wir eigentlich nicht, weil es uns eigentlich nicht interessiert. Wir brauchen eigentlich nur die Informationen über die Maße und nicht über die Maßstäblichkeit. So, das heißt, wir brauchen hier dieses Maß. Wir brauchen von dieser Kante zu dieser Kante das Maß. Wir brauchen von hier nach hier das Maß. Und wir wissen ja, dass im Prinzip alle 24 breit sind. Man könnte natürlich auch noch hierhin bemaßen. Und jetzt könnten wir uns im Prinzip schon die Ausschnitte machen. Eventuell brauchen wir noch dieses Maß hier. Äh, bis hierhin. Na, jetzt habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Nochmal neu. Aber an dieser Kante zu dieser Kante. Ja. Und mit diesen Informationen könnten wir jetzt uns schon den Schrank zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas eventuell noch diesen Abstand, wobei das ist eigentlich mittig. Zack. Können wir uns auch noch mal bemaßen. Und jetzt haben wir eigentlich alle wichtigen Informationen. Wir könnten uns jetzt da draußen eine Einkaufsliste erstellen. Indem wir halt jedes Brett als Einzelne betrachten. Können wir jetzt da vielleicht auch eine kleine Excel-Tabelle draußen erstellen, wo wir die einzelnen Zuschneidmaße haben. Ja, im Prinzip wäre es hiermit getan. Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die Schubladen. So, das hier ist die Zeichnung, die wir jetzt erstellt haben. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet und hatte schon mal ein anderes Modell erstellt, wonach ich schon mir USB-Platten und sowas im Baumarkt besorgt habe. Das sah so aus. Ich habe auch gerade gesehen, dass ich hier nicht ganz einen Meter hoch bin, sondern ein bisschen niedriger. Diese Zeichnung könnte ich euch zur Verfügung stellen. Ich werde die unten in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen. Hier habe ich auch schon mal die Schubladen hinzugefügt. Das Modell sieht in der Übrigen so aus. Ziemlich ähnlich wie das Modell, was wir gerade erstellt haben. Nur hier habe ich mich halt nicht dabei aufgenommen, wie ich es erstellt habe. Hier habe ich auch schon Schubladen hinzugefügt. Ich habe es mir sehr simpel hier gemacht sogar. Ich habe die Schubladen im Prinzip als einzelnes Bauteil dargestellt, also als ein Body. Ich habe hier auch noch nicht mal festgelegt, wie genau ich die Schubladen zusammenbauen werde. Ob ich da jetzt mit irgendwelchen Nuten arbeite. Das ist hier nicht ersichtlich, weil ich mir das noch ein bisschen frei halten möchte. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich die Schubladen erstellen werde. Was hier auch fehlt ist, hier vorne soll eigentlich noch so eine Blende drauf sein. Ich habe das mal in meiner ursprünglichen Skizze gezeichnet. Hier vorne soll so eine Blende sein, die das hier alles abdeckt. Das habe ich hier auch noch nicht dargestellt. Aber für mich, ich weiß schon mal, wie ich den Schubladenschrank zu erstellen habe. Das war mir halt wichtig. In Details werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich es draußen zusammenbaue, ob ich da jetzt noch Sachen verändere. Was hier auch nicht dargestellt ist, sind im Prinzip diese Vollauszüge. Aber um jetzt erst mal im Baumarkt zu gehen, sich das Material zu besorgen, schickt diese Skizze erst mal. Und um es auch dann zusammenzubauen, schickt mir diese auch vollkommen aus. Ich werde euch die zur Verfügung stellen. Wenn ihr sowas nachbauen wollt, nehmt diese Zeichnung gerne. Aber denkt da dran, ich habe es noch nicht komplett auskonstruiert. Also es ist jetzt nicht so eine vollwertige Anleitung, weil zum Beispiel bei den Schubladen, das sieht man hier, da ist überhaupt gar nicht ersichtlich, wie die Platten miteinander verschraubt sind. Auch was ich euch noch zeigen wollte, zum Beispiel bei dieser Ansicht von oben ohne Arbeitsplatte, wo ich mal zeigen wollte, wie diese Unterkonstruktion, im Übrigen habe ich hier auch 30x50 Latten angenommen. Ich habe ja gesagt, ich habe eingekauft 24x48 Latten, deswegen stimmt das hier nicht so ganz mit den Maßen. Also das hier sind nur ganz grobe Maße. Was ich hier gemacht habe ist, ich habe mir diese Ansicht rausgeholt und dadurch, dass ich ja überall mit diesen Komponenten gearbeitet habe, konnte ich hier ganz einfach die Arbeitsplatte ausblenden. Und wenn man die ausblendet, zack, sieht man das Innenleben. Die Schubladen habe ich hier auch ausgeblendet. Die kann ich auch mal hier kurz einblenden. Da rechts seht ihr sie. Und jetzt ist sie weg. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Und vor allem, wenn man hier ordentlich arbeitet, kann man recht simpel Sachen ausblenden. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel diese Lattenunterkonstruktion, kann ich hier einfach ausblenden. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Hier unten habe ich auch mal die Vollauszüge hingeschrieben, die ich benutzen werde. Das nur am Rande. Ja. Wenn euch das jetzt interessiert hat, was ich hier gemacht habe und hoffentlich konnte ich euch ein bisschen helfen, wie ihr sowas in Fusion designen könnt. Wie gesagt, für mich ist das immer nur so eine kleine Hilfestellung. Ich schätze mal, wenn ich das Ganze jetzt zusammenbauen werde, dann werde ich da noch einige Sachen verändern, die ich beim Bauprozess halt merke. Aber ich weiß schon mal genau, was ich bauen möchte. Ich weiß schon mal, was ich einkaufen möchte. Das ist immer sehr wichtig. Nicht, dass man dann im Baumarkt anfängt, sich zu überlegen, wie viele USB-Platten brauche ich. Das brauche ich jetzt nicht mehr, sondern ich kann einfach meine Zeichnung nehmen und sagen, ich brauche fünf USB-Platten in den Stärken 15 mm. Und um die Schubladenböden, die möchte ich zum Beispiel aus den 10 mm USB machen, da brauche ich jetzt nur zwei oder drei Platten. Das ist schon mal sehr praktisch, dass man im Nachhinein nicht nur mal im Baumarkt fahren muss, weil man irgendwas vergessen hat. Zudem kann ich mir jetzt schon mal die Platten nehmen und alle zusägen auf die richtigen Maße, wie zum Beispiel die Seitenplatte kann ich hier nehmen. Ich brauche Seitenplatte, zwei Platten rechts, links in den Maßen 690 x 580 mm und kann da sich schon mal alle Platten zurecht sägen und dann kann ich die wie ein Baukastensystem zusammenschrauben. Nur in den Hinterkopf natürlich, ich habe es noch nicht voll auskonstruiert. Die Mühe könnte man sich natürlich jetzt auch machen und wirklich in CAD alles bis zum letzten Detail. Ich kann hier noch Schrauben hinzufügen, die Schraubenlöcher könnte ich noch in die Platten hinzufügen, sodass man sich alles im Prinzip vorfertigt. Das ist natürlich extrem viel Arbeit und die erspare ich mir auch so ein bisschen genauso, wie dass ich die Schubladen hier nur ganz grob dargestellt habe, so angedeutet, sage ich mal. Weil zum Beispiel möchte ich mir auch die Freiheit erlauben, sage ich mal, dass ich jetzt auf der linken Seite habe ich jetzt gar keine Schubladen dargestellt, weil ich wahrscheinlich hier unten vielleicht ein kleines Fach mache, wo man zum Beispiel diese Magpacks reinstellen kann oder sowas, also diese Werkzeugkoffer hier reinschieben kann und dann oben nur zwei oder drei Schubladen macht. Ja, das war nur am Rande. Okay, das war jetzt nochmal ziemlich viel am Rande. Ich habe euch ja das Video gefallen und guckt euch auch mein nächstes Video an, wenn das dann irgendwann mal erscheint. Und dann könnt ihr auch sehen, wie das Ganze zusammengebaut wird in der Realität. Ich glaube, das ist vielleicht für manche Leute etwas interessanter als hier die blanke Theorie mit CAD. Ciao, bis zum nächsten Mal.